Ach Gott, ist das ein süßer kleiner Hund in Erduahen. Ja, wenn man nicht immer so Bälle täte, dann wäre er schon ein bisschen süßer. Das ist schon unglaublich, dass so ein kleiner Hund zum Bälle kommt. Sag mal, woran liegt denn das? Das ist so ein Kegelkopf. Sieh? Aha. So sind wir es jetzt. Der hat einen ganz grossen Kegelkopf. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen machen. Ist das so gefährlich? Ach ja, ist das gefährlich. Und wie? Nackni! Nackni! Ja. Schäbächeln mache. Jetzt, hopp! Lacky, auf! Lacky! Lacky, rorsch! Rorsch, Lacky! 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 Lacky, mach Sitz! Lacky, mach Platz! Lacky! Lacky, brav! Lacky, gut! Lacky, rorsch, Lacky! Lacky, Lacky! Lacky, rorsch, Lacky! 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 Lacky!